Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zurück zu Greedfall. So, wir müssen jetzt hier, ja, den verschwundenen Tapeln auf die Spur kommen. Können hier mit verschiedenen Leuten reden, was absolut nichts bringt. Okay, dann machen wir mal gucken. Wir müssen nach oben. Und gleich kommt mal nochmal ein kleiner Cut, weil ich ja gucken muss, ob das mit dem Rennen alles funktioniert. Okay, da war der Cut. Ich weiß nicht, ob ihr es natürlich gemerkt habt, mit Sicherheit. So, mit dir möchten wir reden. Hmm. Tell me about how you created this village. We did not create it from the ground up. It was built around an existing native village. The islanders called it Vigsenegad, which translates to the village of the old sage. Huh. We saw it as a sign. The natives had probably chosen this name in memory of St. Matthäus. And everything here fit the description of St. Lucius. The discovery of the tablets proved us right. So, we decided to rebuild our Eden here, in the spirit of peace and harmony which is described in the scriptures. Why share this village with the natives? To replicate and resume the work of our founder, of course. If he came here and managed to convert the natives, then it is our duty to do the same thing. By living side by side with them, it is much easier for us to pass on our teachings. How well do you get along with the natives who live here? I imagine, does it even matter? Those who stayed are on the path of enlightenment. Ähm. Some of their legends must have been about St. Matthäus. That helped to convince them. Ich weiß nicht, ob ihr das jetzt gesehen habt, aber mir ist gerade irgendwie die Aufnahme weggegangen. Irgendwie das Bild irgendwie so. Ich muss mal kurz einen kleinen Cut machen. Okay, also, ähm, die Steam ist wohl gerade, ähm, nicht im Internet verbunden. Ich muss das Spiel kurz mal schließen und mich offline anmelden. Ähm, ich lasse jetzt aber kurz diese beiden Sachen da, äh, durchlaufen, weil es jetzt gerade noch geht und sich das Spiel nicht schließt. Und, äh, hier, ich hab gerade nachgeguckt, ihr, die Aufnahme wurde kurz irgendwie stockend unterbrochen. Deswegen hier nochmal die Antwort, was er erzählt hat. How well do you get along with the natives who live here? Very well, of course. Especially since those who opposed our presence left. Left? To go where? Oh, to other villages, I imagine. Does it even matter? Those who stayed are on the path of enlightenment. Some of their legends must have been about St. Matthäus. That helped to convince them. So, und jetzt hier den Rest. And how well have neighboring villages welcomed you? With some reluctance, to be perfectly honest. So, we sent them missionaries. There are still frequent conflicts with the village of Vedlug. A highly violent village of heretics. But the other villages, the more peaceful ones, are slowly starting to listen to the sacred word. There are no Onol-Manawi and no warriors here either. Did they all leave? Perfect harmony takes time, my child. I have no doubt that one day, we will manage to convince your kind to convert. But, in the meantime, we must settle for the miracle of great coexistence that this place already represents. Nobody thought we could live side by side with your people. So, jetzt muss ich einmal kurz mich offline anmelden. Bis gleich. So, da bin ich wieder. Äh, ja. Ich hab mich jetzt offline angemeldet. Ich, ähm, hab das ganz vergessen. Selbst zu machen. So, wir müssen kurz gucken. Ich hab hier jetzt keine. Andere Info. Doch, da noch eine. Ich kann hier irgendwo durchgehen. Aber nicht so, wie ich das gerne hätte mit dem Durchgehen. Und dann hier runter. Okay. Ich versuch's. Es ist wahrscheinlich nicht da. Ich seh's schon. Ich seh's schon. Ich seh's schon. Hui. Sprechen wir mal mit einem Eingeborenen. Mit dem Häuptling. Ich versuch's. Ich bin Ler, der Village Leader. Well, ich war der Leader von diesem Village. Hallo. Du Sardai. Ich bin der Legate von der Merchant Congregation. Daher an Olmenaui amang der Lgeid Blau. Ich wusste das. Was wollen Sie von mir? Ich habe gehört a lot of things about this Village of Eden. But I'd like to hear your version. Hmm. I'm not sure Roy have the answers to all of your questions. But I'll throw you. Tell me about the arrival of the people of Tileme and how you received them. The priests were roaming around the village. They were saying that it was the place where their saint had lived. they were asking questions. Talking about the Lloyd and all these things. One morning they were building houses next to ours. And we had new neighbors. The priests told me that they had managed to convert you. How did that happen? As long as we refused to listen to them. They were violent and they destroyed some of our sanctuaries. So we let them talk. And now that they think that we love their God they leave us alone. Some of the things they say are beautiful and their magic is impressive. But we do not forget our spirits. Hm. Gar nicht mal so doof. One of the theologians told me that you had helped them in their research. They wanted to find tracts of the old sage. Of the one they call Saint Matthäus. And they were rummaging through everything. Our Donegad did not want to tell them anything. Because the old sage is sacred here. But since they violently interrogated everyone I thought it wise to guide them to the place where the stones were. What happened to your warriors? Why did they have to leave the village? They did not accept the presence of the priests and their questions. They tried to retake the village. They even asked Dardra the chief of Vedlug for her help. So the priests called the Sol Lassa the burning sons and they killed many of them. Oe asked for peace and the others left us. They wanted to join Vedlug. Perhaps they have done so. Aren't you angry after all that happened? No. Oe mourn those who died of course and the Voshtirenth. But this village may be our opportunity. Your opportunity for what? For the Renekse to understand who we are. Not savages nor monsters but men. Perhaps wiser than they are. I have to go. like so many others. I knew that the story would be more complex than we'd been told. The priests separated this village into two parts. The exiles must be brokenhearted having left their clan behind. On the other hand had they followed their chief's example this wouldn't have happened. Either way the resentment here is strong enough for a theft to occur. Schwierig, schwierig. Ach, here can we again what's done. Look me one one an. Auftrag the Nester of Yorklands to destroy. Okay. That grab of the Reis Okay. We just 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 let's see. Maybe we can see. We can Go the go 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 Dann... Oh, ich hatte Unrecht. Ich muss nach unten. Ähm... Da rein. Ich weiß nicht, dass die Gehe von ihm ist. Das Priest, Vergil, sagte der Nacht war calm. So calm, dass er wahrscheinlich schlief. So, die Thieves nur hatte die Gehe von ihm. Es ist sehr sicher, dass das was passiert. Aber jemand muss sie informieren. Es kann nicht sein, dass sie zu stehe es während der Watche der nur Neglectvolle Guard. Du denkst, dass derjenige die Gehe von ihnen ist in dieser Village? Wir wissen, dass dieses Theft ein Akt der Vengeance von den Natives, die hier hier verpflichtet wurden. Sie müssen immer noch in der Village haben. Familie oder Freunde? Wir sollten mit dem Chief der Natives sprechen. Er wird sicherlich wissen, wer zu den Exilen ist. Und genug über die Forschung, um sie zu informieren. Toll. Jetzt müssen wir wieder zurücklatschen. Na, das Spiel fängt langsam an. Hier... Ich hatte es eigentlich für gut befunden, dass man hier nicht andauernd immer so hin und her latschen muss. Jetzt fängt es so langsam an. Ja, das ist so langsam an. Du hast zurück, Onol-Manawi. Du musst etwas anderes? Ja, das ist so. Ich glaube, ich weiß, die die Tablets stole. Really? Ich glaube, die 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 Exilen von deinem Village seeken Vengeance weil die Missionaries forced sie zu leave. Sie müssen die Tablets mit der Hilfe von jemand anderem, der hier hier stand. Du kannst recht sein, aber du kannst auch falsch sein. Versuchen, ihn zu provozieren. Andro und die Inquisition herbeizurufen. Wir lassen natürlich unseren Charme sprechen. Ich wüsste gar nicht, warum ich jetzt schon 100... Ich habe ja jetzt schon 100% Charme. Äh, Charme. Charisma. Auf jeden Fall. Wieso sollte ich... Und ich habe erst den zweiten Punkt eigentlich aktiviert. Was wird denn dann beim dritten Punkt? Oder gibt es welche, die schwieriger sind zu überzeugen? Du bist gut zu erzählen, was du wissen. Once die Priests haben die gleiche conclusions wie ich habe, wie Sie denken sie werden interrogieren Sie? Du bist wahrscheinlich richtig. Die Inquisitionen würden zurückkommen, und meine Leute würden sterben. Ich will nicht want to break the peace that I did all I could to make. I think the name of the woman you are looking for is Vindwal. She helps the priests who seek the old sage. If she's helping the priests, why would she betray them now? Her son is one of the warriors who had to leave the village. He is filled with anger and fury. If you go talk to her, please do not hurt her. She is but a mother who acted according to her son's wishes. I have no intention of hurting her, but things may not be so simple when it comes to her son. I have to go. Like so many others. Okay. Sie ist nur eine Mutter. Klar, kann man auf eine Art verstehen. Ich meine, ich kann die ganze Sache an sich sowieso verstehen, ne? Also, ähm, das ist ja hier deren Land und die besiedeln das jetzt hier einfach so. Ich meine, ich hab da ja sowieso so eine ganz andere Meinung zu. Und da ist er auch schon. Hier vorwerfen die Tafel gestohlen zu haben, sie zu leer befragen. Seelenschänder, was ein geiles Wort, ey. was die Diebe durch ihre Hilfe verschont werden könnte. Sie fragen, wo die Diebe sind. Wie machen wir das mal? Ja. only means of alleviating the situation with Tuleme is to give the Priests their tablets back. So if you do not want your son to suffer their wrath, it would be best if I could retrieve them discreetly. Uh, Bran and the rest of the exoils are hoiding in the woods beyond the stone circle if you want to take the tablets away from them without being seen do not take the part on the left it is riddled with traps and please do not hurt my son Okay, ich soll nicht nach ähm links gehen. Es muss nach rechts gehen. wenn es mal so einfach wäre. Hinter dem Stein Kreis. So, da sind wir erst mal schon mal andere Freunde wieder. Uh, holla. so, ich hab dann mal hier fertig gemacht, Leute. Ach, ein Hirsch. Ach, ihr wollt sich da hin legen. Sollnt ihr den, wir sollen nicht den linken Weg nehmen, wir sind jetzt rechts gegangen, glaube ich zumindest. Irgend, was ist das denn für ein Vieh. Was ist das? Gott, das sind ja mehrere. was ist das? Wow, scheiße. Okay, das hilft gar nicht, wir brauchen Magie, ich brauche Magie, hallo. Oh, so funktioniert das schon mal gar nicht mehr. Nein, nein, oh Gott. Oh, mein Gott, oh Gott, oh Gott, ich kann mich nicht halten. Ich muss weglaufen. Ah, nein, ich muss weg, 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 weg. Oh, mein Gott. Ach, halt die Klappe. Ich habe keine Potion mehr. Scheiße. Boah, ne, ich muss hier weg, ich muss hier weg, ich muss hier weg. Scheiße. Wo sind denn die anderen hier, Aphra? Wo ist Yorah? Oh, oh mein Gott. Oh, Siora, du sollst nicht mich halten, du sollst einfach mal vielleicht mal mitkämpfen. Oh mein Gott. Ach, ihr leckt mich doch am Arsch, ey. Wo ist sie? Ich sehe Siora nicht. Keinen Sack, ey. Okay. Ach, das war falsch. Das auch, so. Jetzt muss ich erst, ich muss erst mal hier gucken. Ähm, ich habe einen Wiederbelegungstrank. Muss man manchmal so ein bisschen gucken, er ist leicht überfordert hier mit dem Ding. Mann. Meine Güte, was, ach da ist ja immer noch eins. Was, Yorah die ganze Zeit mit dem Vieh beschäftigt? Oh Gott, Leute, was war das? Boah, ist ja unglaublich gewesen gerade. So, hier ist der Steinkreis. So, wir sollen, so, hier ist der Steinkreis. Äh, wir sollen nicht den linken Weg nehmen, sondern den rechten. Na, der linke voller Fallen ist. Boah, links ist eine Pf... Was ist denn hier vorne? Ich gehe mal hier lang. Sicher ist sicher. Ich weiß ja jetzt auch nicht, ob es jetzt schon was bringt, überhaupt zu schleichen. Oder ob es besser wäre, ähm... Ich weiß nicht. Es ist halt auf jeden Fall noch weit, aber... Hoch habe ich mich jetzt erschrocken. Aha, ich kann da hin. Machen wir einfach mal. Da, wir haben sie gefunden. Jetzt ist alles, was noch zu tun ist, zurück zu Eden. Und da, wir gehen natürlich wieder nach links. Weil es würde ja jetzt auch nichts bringen, äh... Jetzt halt alles, äh, auszulösen, ne? Ach, scheiße! Wer hat uns gesehen? Wo? Oh! Oh, warum macht's? Scheiße! Weil ich nicht geschlichen bin! Ich lauf einfach mal, vielleicht bringt das was. Ich lauf einfach mal, vielleicht bringt das was. Ab-Frau ist verbundet, sie braucht Heilung. Ah, ich hätte schleichen müssen. Was ist der Kabel? Ah, ich hätte schleichen müssen. Was ist das stört mit dir? Hier natürlich ist das Kacke. Ach mein Gott, hätte ich... Oh, das stört mich jetzt. Ich hätte weiter schleichen sollen. Ich habe gedacht, hier ist gar keiner. Ach, mein Gott. Was riecht mich das jetzt auf? Oh, oh. Ach, mein Gott. Ich mache mich gar nicht gut bei den Eingeborenen. Gar nicht gut. Gut. Das tut mir ja jetzt auch irgendwie leid, ey. Aber eigentlich, ja gut. Ich weiß gar nicht, wer angefangen hat. Ich habe noch nicht mal einen Eingeborenen gesehen. Siova und Aphra haben angefangen, weißt du? Aber dann da ein Erzählen von wegen so, ja, wir wollen ja nicht, ne? Dass da irgendwie... Ach, keine Ahnung. Das kotzt mich jetzt total an, ey. Ich bin schon wieder so sauer auf mich selbst. Ich habe ihn vergesen. Ich habe ihn vergesen. The culprit must be brought to justice. The Exiles did it. And they are dead, so you won't have to chase them. May the Enlightened forgive them for their crimes. I suspect they left you with no choice. Those natives were filled with rage. In any case, you would do well to keep a better watch on your discoveries in the future. You should also pay more attention to those who share this village with you. This theft would never have happened had you truly been in harmony with the natives. But that is precisely what we desire more than anything. We may have been a bit clumsy in the beginning, but we'll make sure to improve things in the future. You really were a great help. I would be most grateful if you agreed to continue helping us. I might come back at some point, but alas, I am very busy. Naturally. Either way, we are certainly capable of continuing our research without you. Actually, I must go back to my work. Our next expedition must depart as soon as possible. Your next expedition? Our brave researchers must continue to follow the tracks of our founder on this island. In the meantime, here. Take this as a token of gratitude for the help you gave us. Thank you. I hope your expedition will be a success. Hm. Wartere Vorschrift in der Hauptquest. Okay. Äh, jetzt müssen wir erstmal gucken, was wir... Da muss ich warten. Champion der Arena ist kacke. Die Holzfällerei. Bitte Circle. Ach ja, das kann man ja gar nicht machen, wegen Dingens. Ähm... Afra. Die Höhle des Wissens können wir jetzt machen. Ähm... Wo komme ich jetzt hier? Ach ja, da hinten war ja ein Lagerfeuer. Oh, ich muss Schluss machen. Okay, meine Lieben. Dann sag ich mal tschüss, bis zum nächsten Mal. Dann. Dann. Dann.